So. Zurück. Also. The Hunt for Crystals continues. Oh, Loot. Den holen wir uns auch. Den wir schaffen. Das ist doch immer was Gutes. Das ist auch nice hier, ne? Das ist sehr nice. Leider keine Crystalle. Was ist das? Das ist ein Schnee-Spot. Was ist das? Ja. Ne, das ist Wasser oder was? Keine Ahnung. Pio mir. Oder ist weggerannt vor was? Keine Ahnung. So. Das ist im Rahmen des Möglichen hier der Loot-Spot. Hier ist nichts Bösartiges gerade. Sehr schön. Oh, der Steho sieht aber nicht gesund aus, der da im Boden steckt. Oh, zwei sind sogar. Da ist noch einer. Äh. Hm. Na ja. Wollen wir uns erstmal den Loot. Da ist da was richtig gutes bei. Ich weiß nicht, ob der Fehler immer noch da ist, aber man konnte mal, oder man ist, wenn man zu früh dahin gegangen ist, wurde man durch den Boden gedrückt und ist zu Wasser unten gefallen. Also unter die Welt. Deswegen werde ich noch mal kurz Abstand halten. Oh, da fallen ein paar Sachen. Hm. Hm, ne Maske. Ja, nein. 150 Rüstung. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier wirklich Kristalle finden werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn dann glaube ich bestimmt nur hier oben drauf irgendwo oder offenbar in solchen Klippen, wo sonst wenig Vegetation ist. Nicht so cool, wenn hier nichts ist. Aber da gibt es sowieso schon auch was bei im Wiki oder so, wo man Kristalle findet, dass man mal guckt. Vielleicht. So, hier fliege ich nochmal oben lang. Was ist das da hinten? Ah, hier ist ein Baum. Der leuchtet. Mammuts! Und Nashörner! Oh, ich verliere HP hier. Das ist zu kalt. Ach, da war ja noch irgendwas drin, ne? Ach, ist egal. Ich will jetzt gar nicht wissen, was das war. Hier wäre doch perfekter Spot für Kristalle. Ja, 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 kalt. Kurz rüberfliegen. Es wird schon wieder dunkel. Äh. Kristalle? Kristalle. Äh. 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 Es dauert natürlich, bis sie wieder spawnen. Naja. Naja. Erstmal wieder kurz zurück. Und dann werde ich, denke ich, mal kurz nachgucken, wo es noch was gibt, vielleicht. Wo es Kristalle gibt. Oh nein, nicht fallen. Was zur Hölle. Oh, das ist aber gefährlich, wenn die da hinfallen können. Ah, ich wollte ein bisschen Holz holen. Für die nächste Foundation noch. Äh. 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 äh, kann man sonst irgendwas bauen für das Gelexer, außer uns vielleicht eine Tür, schrägen, hm. Ja, ja. Hm, 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 hm. So, wie geht's dir denn? Immer noch nicht, äh, ja. Kommt ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, ich guck mal kurz nach. Ja, wir können jetzt ein Stück zurückfliegen und dann uns noch Sachen holen. So, ich will doch mal ganz kurz gucken. Hm, 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 hm. Ich müsste mir eigentlich noch mal einen Kompass oder so bauen, weil, äh. Ja, da oben bei der Höhle sollte noch ein Vorkommen irgendwo sein. Ich will schon leider warten, bis der Tag ist, weil wir, ne. Also, ich hoffe, die Karte so korrekt. Und das ist auch nur sehr grob, weil die beiden Spots, die von uns eingezeichnet sind, da, die sind auch nicht so ganz richtig, was da auf der Karte ist. Okay, hier haben wir nix. Ich glaube, dass die oben drauf sind, ne. Gucken wir mal. Mal kurz die Ausdauer. So, Replenition. So. So. Hm. Also laut Karte sollte hier eigentlich irgendwas sein. Gut, dann müssen wir ein Stück fliegen. Ich weiß sonst noch, wo wir hier sind. Also grob weiß ich das, aber... Genau natürlich auch nicht. Schade. Ich muss mal kurz die Karte aufmachen. Okay. Äh, keine Ahnung. Und das ist ja blöd. Na gut, dann... Müssen wir suchen. Beziehungsweise... Ich fliege jetzt mal in das Gebiet, wo noch welche sein sollen. Ich hoffe, wir finden da noch welche. Was ist denn los? Mein Hals kratzt seit... Äh, gestern. Total. Aber jetzt ist eigentlich schon besser geworden. Naja. Und greif. Ich weiß... Das lohnt sich an sich fast gar nicht, da immer hinzufliegen. Theoretisch müsste ich da hinfahren mit einem Papier... Ja. Wir können ja erstmal gucken, ob wir überhaupt welche finden. Das ist dann nämlich noch das andere Thema. Das ist ein Rochen. Vielleicht, wenn wir zurück sind, hat unser... Terezzino ja auch schon wieder... Viel HP. Und dann gehen wir wieder mit dem unterwegs und holen noch ein bisschen... Kram für... Also Keratin, Chitin und sowas. Gott, was ist denn los? Mein Hals. Ja. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Eine Stelle ankommen, wo es viele geben soll. Wir sind weiter in die Richtung. Ich lande mal kurz. Ja, die brauchen wir auch noch. So, jetzt sollten wir langsam... ...in die Nähe wenigstens kommen. Außer, da ist irgendwie eine Höhle. Und hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. Wer weiß. Sieht nicht so aus. Äh... Also hier sollen laut Karte... ...vorkommen sein. Das waren nicht so wenige. Also irgendwie... ...8 Stück, 9 Stück. Also... ...wenn wir mal was sehen würden. ... ...wenn wir mal was sehen. sehr schön sind jetzt nicht ist er uns angegriffen? ein Skorpion toll ja komm mal runter hier da ist noch einer ja komm her wie? mach doch mal was hier ist er runter? ich hoffe so ich fliege lieber weit und diese Höhle da unten interessiert irgendwo war auch hier mhm oh ne okay hier sieht es nicht so aus als wären hier noch weitere die Höhle Hier müssen nur mehr sein. Also definitiv. Wie nur so winzig. Ich kriege das hier. So. So. Jump! Könnte besser sein. Wir sollen eigentlich noch mehr sein. Deutlich mehr. Ich habe leider jetzt auch schon den Überblick verloren. Aber... Was ist das denn? Eine Ruine. Oh, mit einer Loot-Kiste. Ah, die nehmen wir nicht mit. Da ist bestimmt eh nur wieder... ...klein Werkzeug drin. Hm. Jetzt sind wir hier wieder. Okay. Äh... Vielleicht hier unten. Vielleicht hier... Oh. Äh, ne. Oh, das ist eine coole Insel. Die ist auch hübsch. Oh, das ist eine Halbinsel. Oder? Es ist ne... Ne, nicht mal. Aber nur ne kleine Landzumme. Ja. Joa, bisher ist die Ausbeule nicht so tolle. Ganz und gehörnig. Naja. Naja, weil wir zurück sind, ist schon wieder alles nachgewachsen, weil wir hier so lange brauchen. Ist doch auch was Positives. Ja. Ja, 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 ja. Noch irgendwo, bitte. Gleich bei den Bären. Das sieht doch... ...oh, nicht so verkehrt aus. Oh, das ist... ...nice. Das ist Halle. ...nice. ...nice. Das ist schon zu viel für den einen wenigstens. ...nice. So. Hier wird's doch bestimmt auch hier... ...gekämpft. ...nice. 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 Richtung... Oh, guck mal, das ist ein Ice Cave. Wir werden sterben vielleicht, aber... ...nice. 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 ...nice.